Über-Kraft-Drohne drin Okay Ich setze die höhere rein Welchen haben wir ausgerüstet? Ich glaub den Symmetrii Ja, Symmetrii Ich setze die höhere rein Okay, das passt So ist also unser Stab 71 Ihr kriegt jetzt bloß den physisch Muss reichen So Da ist bloß ein falter Raum Okay, dann gehen wir mal runter zum Boss So Doch mal Ich hoffe das schaffe ich im ersten Ich bin jetzt ein Ich bin jetzt ein Run Den konnte ich noch gegen irgendwas rennen lassen, das weiß ich. Ja. Okay. So, da oben ist übrigens eine Wutleiste, die sollten wir, wenn wir einen Bonus haben wollen, nicht runterbringen. Äh, nicht runter, sondern nicht ganz raufbringen. Weil die erhöht sich auch so. Wenn er sich bewegt, dann geht es weg. Das sollten wir ihn immer recht nahe halten. Und dann macht er es. Ich sehe schon, es wird ein bisschen dauern. Komm her! Du aufgepumpter Roll. Du siehst mir aber echt so aus, als wäre der zu oft ins Fitness gegangen. Challenge me! Ach shit. Das war's mit dem Bonus. Ja. 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 Es geht halt automatisch in den Rage Mode dann, aber das fehlt halt nicht. Ich habe weniger Schaden, aber ich habe das Gefühl. Ja, okay, mir ist das egal. Ich finde das aber richtig geil. Okay. Tatsächlich muss ich das jetzt so schaffen. Weil mir dauert der Kampf sonst viel zu lange. Okay, gut, da habe ich mehr Damage gemacht tatsächlich. Mit dem anderen Stab, aber glaube ich mal. Komm, hau ich mal den Hammer her. Da weiß ich nicht, ob ich so viel... Dann mache ich nur einen Schlag. Wo ist der? Oh. 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 Oh my. Oh release urmittel. Let me verschleben. Big boy Oh! WG Blätter oder was? Hohoho Au Freu dich nicht zu früh Mein Hammer ist so langsam Komm Spring halt wieder her Genau Der mich im Moment Habe ich im Moment Cool Okay Aber ich dachte, es wäre einfach, wenn ich das ohne Sota tatsächlich... Am ersten Mal habe ich es auch nicht verstanden, wie der Boss eigentlich genau geht. Au. Das Problem ist, wenn der uns in dem Zustand so wirklich einmal trifft, mit weniger Leben, also mal tot. Und das wollen wir jetzt auch nicht. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. Und? Ha. First try. So fühlt er sich jetzt. Markin ist wieder bombardiert mit komischen Leuchtkugeln. Ich verstehe aber noch nicht, warum eigentlich. Absorbiert er seine Essenz? End champion. End champion. Kommt her, hört mir zu. Nein. Das sehe ich so aus. Überblendung. Seine Schafenkante ist perfekt geeignet, um ins Fleisch zu schneiden. Doch die zusätzlichen Elementarkrachten sorgen für unermessliche Wunden. Den tun wir mal. Und den Hammer auch. Ich weiß nicht, was ist dahinter. Ist hier noch irgendwas eigentlich? Hey, hier drüben. Ja. Kommt her, hört mir zu. Kann ich nicht schlagen. Was war das denn? Das Ding ist tot. Antanas sagt, ihr könnt hereinkommen. Diese Tür führt in die Zitadelle. Ja, wenn der Anti das sagt, dann... Die wollten den Dude wahrscheinlich trappen. Ja, ja. Ach, das ist hier hinten. Ja. Das ist hier hinten. Ich muss gestehen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe etwas gestohlen. Nicht aus Not, sondern aus Gier. Ich habe nicht gehungert und ich lag nicht im Sterben. Ich wollte es nur haben, weil... Ich es haben wollte. Aber reicht das, um mich derart wegzuschließen? Sie denken, das Böse sei absolut. Alles Böse ist das reine Böse. Bin ich böse? Nur weil ich etwas gestohlen habe? Ja. Definitiv. Ja. So. Schluss mit ihm diskutieren. Bei mir wird nicht diskutieren. Me. Uah. Nein. Schauen wir mal, was wir drei Einträgten schaffen. Ach, nee. Nicht schon wie das war einer. Uah. Was war es beim letzten Mal nochmal passiert? Genau das. Und dies forderte sein Opfer von uns. Doch es war doch ein Neuanfang. Die Richter wiesen uns den Weg. Aber als ihre Erden ist es immer möglich, diese Bezelschaft wieder aufzubauen. Ich nehme die Böde mit Freuden auf mich. Der neue Richter auf der größten Welt scheint zu werden. Und wer auf der anderen Seite blockiert. Aber hier ist so nichts. Okay. Das Dickeling ist wesentlich smoother als... Der letzte. Ah. Also jetzt pumpe ich hier mal meine ganze Erfahrung von dem Boss rein. Um neue Runen rauszukriegen. Bitte sei was Gutes dabei. Und es kam schon was Gutes raus. Ha. Runen ausrüsten. So. What the fuck. Ich gamble hier nicht umsonst mit meiner Erfahrung. Gib mir mehr. Von dem guten Stoff. Höhere Glücksruhne. Das wollte ich. Give me the good thing. Ja. Makelos. Gewöhnliche Glücksruhne. Da hab ich gleich mal sonst eh keine mehr. Nö. Oder das ist ja keine bessere. Höhere Magierruhne. Hatten wir da jetzt nicht eine? Ich pack in das Teil so eine Scheißfeuerruhne rein, Mann. Magie kostet 60. Lüft eine Giftbombe. Mehrere kleine Bomben. Oh. Das ist cool. Druckwelle. Schieß Gift again up. Oh. Das ist nice. Kostet so viel Magie. Muss ich später hardgrinden. Im Namen der Richter werden wir diese Welt wieder zu einem Ganzen werden lassen. Es wird ein Leben frei von göttlicher Unterdrückung sein. So werden wir diejenigen ehren, die ihr Leben im Kampf um die Welt zu verletzen. Die Runen boosten ganz schön. 85 Damage. Oh da ist ein Magier. Oh da ist ein Magier. Das Problem ist ja immer den Dude zu killen. Weil wenn er sowas macht. Halt. Meine Brüder. So sehr ich es auch will, kann ich Antanas nicht mehr als unser geistliches Oberhaupt sehen. Er beruft sich auf Prinzipien und Ehre und scheint dabei unbegrenzten Einfluss zu haben. Dabei sind Grenzen genau das, was er braucht. Er ist entschlossen bis zum Ende zu kämpfen. Selbst wenn dieser Kampf unser Schicksal ist, kann ich sein Tun nicht gutheißen. Sieht er die Menschlichkeit in anderen nicht? Heilt er sie wirklich? Ich bezweifle es. Schließt euch mir an und teilt eure Zweifel. Sie sind wie die Kinder. Sie glauben sich von den Fesseln der Unterdrückung für den Eindruck zu haben. Dabei sind sie nicht mehr als verlorene Seelen. Jeder einzelne von ihnen. Bald werden sie begreifen, dass sie allein sind. Dass sie in den Blut sind. Sie sehen, wie jemand in den Straßen liegen und sich wünschen, an dir wäre doch ihr, um sich ihrer anzunehmen. Wow.